Hey Scarlett, komm mal her. Entschuldige, wenn du eine Erklärung brauchst. Entschuldige, wenn du eine Erklärung brauchst. Ah Scarlett, du hast den Angriff überlebt. Wie man sieht, wieso bist du so überrascht? Na ja, ich hab dich letzte Nacht kämpfen sehen. Du hattest wirklich mehr Glück als Verstand. Aber mal im Ernst, es gibt einige Sachen, die du noch lernen solltest. Merk dir vor allem, dass jeder Gegner eine Schwachstelle hat. Und zwar ohne Ausnahme. Außer dir, letzte Nacht und Pfalz. Bring mir Kampffertigkeiten bei. Der Tag und Pfalz ist eine große Herausforderung. Der Tag. Der Tag. Erlöser. Der Tag. Der Tag. Der Tag. Der Tag. Der Tag. Der Tag. Vielen Dank.